Hi, hier ist Balz. Ich möchte kurz erklären, was ich beruflich mache. Es sind vor allem zwei Themen. Das eine kann man vielleicht zusammenfassen mit Achtsamkeit. Da sind auch spirituelle, philosophische und psychologische Aspekte dabei. Da ist auch eine Yoga-Ausbildung. Ich unterrichte Yoga und eine Meditationspraxis. Und vor allem in den letzten Jahren das Erschließen des Begriffs innere Stille. Das gehört alles zu diesem Thema. Das andere Thema ist Songwriting, wo ich schon seit mehreren Jahrzehnten immer mal wieder ein Album veröffentliche, wo der Stand der Dinge, die mir gerade wichtig sind, wo ich das zum Ausdruck bringe. Und über die letzten zehn Jahre hat sich das so wie mehr angenähert. Und ich konnte Lieder über Transformation, Veränderung, Mutigkeit, Zuversicht und solche Themen schreiben. Und habe jetzt eine Art Publikum gefunden, das genau das möchte. Und bin nun in der Lage, das noch mehr zu verflechten. Und beginne gerade eine Konzertserie, wo ich wirklich mit einem Teaching Moment, wo es um eines dieser achtsamten Themen geht, in einen Konzertabend hineinführe. und dann mit der Musik eigentlich mit den Liedern Platz schaffe für Reflexion und auch mit eher meditativen Klängen das dann ausklingen lasse. Und der Grund für diese Arbeit und das Ziel ist, dass ich mit diesen Impulsen, die ich setze, eigentlich dafür sorge, dass es in vielen Leben eine kleine Bewegung geben kann in Richtung mehr Heilwerden, mehr Evolution und mehr Friedlichkeit. Ich hoffe, ich war in der Lage, das zu erklären. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme. Bis bald!